Am geilsten wäre es wirklich da, einer die Türen aufgeschlossen, schnell rein, hat sein Zeug und hat sich verpisst und die anderen alle gleich mit. Und wir kommen dann und fetten auch ab. Oh, da drüben läuft das, oder irgend sowas. An diesem Bahnhofsentladehäuschen. Habe ich auch Courage gemacht, meiner hat sich irgendwie nicht beschwert. Jaja, also ich habe es gehört, hat es gemacht. Warum höre ich das nicht? Keine Ahnung. Ja gut, ich muss es auch nicht hören, ich meine, ist umso besser. Oh, ist richtig. Ne, ne, der schwimmelt hier zwischen Grafikkartengebäude und der Baracke immer. Aha. Er kann auch hinten am Berg an der Baracke drin sein. Bitte seien aufgeschlossen. Ah, stimmt. Stimmt, den haben wir. Stimmt, jetzt wo ich es höre. Seine scheiß Truppe treibt sich auch gar nie im Haus rum, hast du recht. Ah, ist natürlich nicht aufgeschlossen. Mist. Ja, dann komm mal her. Komm mal her, sprach. Warte, ich will nochmal schnell hier noch. Du willst mich durch die Tür pressen? Wie eine Presswurst. Das Ding brauche ich für die MP5. Merrincar. Merrincar, uuuh. Den Schlüssel nehme ich gern an mich. Millionen und abermilien. Ja, komm mal raus her. Ja. So, jetzt stellst du dich hier an die Wand so und läufst so ein bisschen gegen die Wand. Ja. Gerade? Ja, genau, gerade. Okay. Hat's Beep-Beep gemacht? Nö. Das geht nicht mehr. Ist das vielleicht die Falsche? Weiß ich nicht. Versuch mal durch die Tür zu gehen. Spring mal durch. Pass auf, gleich klitschig fest. Oder versuch dich mal hier hin zu legen. Du kannst dich hier so hinlegen. Ja. So wie ich das gerade mache. Mach das mal. Nee. Wollen wir mal gucken. Vielleicht hat's ja auch schon irgendwas. Wollen wir mal. Wo ist das? Irgendein Check. Geht gerade nicht. Nee. Boah, und da drinnen steht. Ja, lass uns doch die anderen Typen wenigstens machen. Hast du da. Ja. Eine muss ja von Haus aus, glaube ich, offen sein, hm? Na, zwei sind, glaube ich, offen, wenn mich nicht alles täuscht. Warte, ich merke... Merken wir das immer nicht, wo welche. Ah, ich auch nicht. Ich weiß, auf alle viele hinten die Querhalle. Da weiß ich oben die zwei Türen. Einmal an der 2 und einmal an der 4, glaube ich. Oder an der 3. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auch immer nicht, wie das mit den rechts und links ist. Ich merke mir das nie. Naja, gut. Das merke ich mir. Das weiß ich, aber... Oh, auf dich? Oh, komm. Das kämpft die Treppe hoch. Hoi. Oh, hier war's auch. Gut. Einen habe ich. Ja, das will ich nie nochmal mitnehmen. Habe ich schon genug. Ein Raum. Oh. UC-Stick für mich, bitte. Hier in die zwei. Guck mal, den kann ich dir aufschließen. Cool. Hier ist auch schon die halbe Miete drin. Nice. Ein bisschen und immer, den kann ich dir mal raus, bingent noch ab dem Menschen, den wir vorstellen. Okay. ich weiß jetzt gar nicht ob das oben drüber dann ist dann ist es drüben gegenüber den anderen treppenaufgang wahrscheinlich sind schon auf einer seite ich noch einer drüber ist ja sicher ja ich weiß es nicht genau ich bin immer alle aufgänge abgelaufen ich weiß es höchstens die haben es geändert das kann auch sein läuft ins kev player richtung helikopter lassen laufen oder knallen ab wie du willst dafür habe ich nicht ich habe keine wend schwarze er steckt wahrscheinlich schon mit halb mit dem arsch in der bude aber noch mal an die tür so willst du mich einklemmen dann versuchst du mal mit gegenlaufen bei irgendeiner tür geht das klappt irgendwie nicht ich bin schon mal hier haben wir alles einfach gegen die wand laufen noch mal mit anlaufen geht nicht wahr normalerweise geht es wenn du das hier so genau also du hast hier so den türrahmen da so darf davor das halt ist ganz in die ecke ja genau das war da ja klemm ich ein ne du musst noch ein kleines warte du musst gleich noch ein stück rüber nach links ja sowieso so hat's piep piep gemacht nö aber sah eigentlich ganz gut aus ich habe ja ich habe grün gesehen alles ne quatsch hier naja wird schon irgendwann einer offen sein wo bist du runter bist du schon unten im kontrollraum ich höre weiter hey das ins gef spieler ich spreche noch nicht englisch ja sein kentor ob ihr wäben auch den ist was du nicht gesagt alles abknallen niemanden trauen was hat mich gekillt wo warst du ja unten im bunker schon der ist oben wenn du die weiß wo die katzentrippe ist wo du oben die schwarze kiste noch immer hast warte mal hier ist gerade auch einer wieso war einzelfeuer drinnen Ich habe da eine Granada. Ah. Ich habe da eine Granada. Vielen Dank. Vielen Dank. Wieso hat meine Granate nichts gemacht? Die Bude ist nicht zu. Kein Blitzlicht. Das war doch eine Rauchgranate, oder? Das war doch eine Rauchgranate, was du hattest, ja. Der liegt doch auf der Erde, oder? Das ist nicht so angehört. Soll ich rausfauchen? Ja, aber du gehst... Das ist halt ein Skeff-Spieler. Gehe ich von aus. Ist mein Arm kaputt, oder was ist hier los? Ich lege die jetzt um die Hunde. Ich lege die Hunde. Ich lege die Hunde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 47 Titel Scheiße! Ich werde hier wohl noch drauf gehen, oder was? Ich muss auch aufpassen, die Skepsis will ich bestimmt auch nutzen. Alter, ich sag's gerade noch. Ich hab... Nein, Jus, Jus, Mann! Oh, Scheiße! Oh, da hinten ist noch ins Kleff. Komm ich da von jeder Seite rein? Im Bahnhof, ja. Nee, in den Zug. Da steht er mit auf dem Gleisbett, oder? Oder komm ich nur von der einen Seite rein? Nee, da kommst du von beiden Seiten rein. Okay. Hoffentlich ist er auch da. Aber es war, glaub ich, grün. Noch ist kein Zug da. Hey, wieso ist keiner da? Den würdest du schon sehen. Oh, er ist weg, Alter. Okay, das war's für mich. Ach, Mann. Findest du mal guten Loot, weißt du? Ach, Mann. Ach, sag Tschüss. Und das Ding hätt ich auch gebraucht. Ja, du. Ach, gut. Ich glaub, das nehm ich mal eher. Das noch. So ein Brick. BP-Emotion. Ach, drauf geschissen. Äh. Mist. Mann, wegen den scheiß Gäfs da unten. Aber, nee, nicht wegen den scheiß Gäfs. Wieder wegen dem scheiß verpackten Hebel, Alter. Der war oben und es war wieder dunkel. Aber, ah, warte mal. Man hätte trotzdem hinterherrennen können, glaub ich. Ach, wieder vergessen. Ja, also ich weiß nur, dass unten die Tür verpackt ist. Dass oben mit den Hebeln ist, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Nee, das war genau die gleiche Scheiße. Aber man hätte wohl dann doch noch hinterlaufen können. Aber das hat mich wieder aus dem Konzept gebracht. Ja, bam. Ja, da denke ich gleich noch. Kannst du es nicht?